du hast in deutschland flage gesehen da drin ja das stolz flagge fast nah war es spargel ist rechts klingt geld dann machen wir das danach also das ist eine englische seite ich habe es übersetzt ins deutsche und macht es auch mal ein bisschen größer für euch die regenbogen fahne ist ein symbol der hoffnung vielfalt und inklusivität werfen wir einen blick auf die geschichte der pride flagge woher kommt der regenbogen die lgbtq plus flagge wurde wird durch den regenbogen dargestellt es wurde angenommen dass der regenbogen selbst in den 1970er jahren von judy garlands gesang over the rainbow inspiriert wurde der aus dem film der zauberer von ost stammt während der stonewall unruhen die einige tage nach judy garlands tod stattfanden wurde der regenbogen adoptiert jetzt habe ich keine lust mehr das waren die stonewall unruhen ich bin ja richtig schlecht in geschichte das habe ich gleich nachgeschaut das war aber auch irgendwas mit aber das kurz nachgoogeln stonewall unruhen 1969 das war gegen trans personen drag queens schwule und buttches unterschiedlichste hautfarben ja 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 okay da gab es eine razzia und die haben sich zu weh gesetzt okay und irgendwas mit christopher street na deswegen heißt wahrscheinlich christopher street day es wird auch vermutet dass der regenbogen von colleges in den 1960er jahren inspiriert wurde die für den weltfrieden protestierten und eine flagge namens flagge der rassen oder flagge der menschheit verwendeten die aus fünf streifen bestand rot weiß schwarz braun und gelb im jahr 1978 entschied sich die lgbtq plus community für eine sechsfarbige version der flagge die häufigere pride flagge einfach eine farbe mehr oder was seitdem wird der regenbogen verwendet und jede farbe hat ihre eigene bedeutung okay das wusste ich nicht roh ist der leben orange ist bedeutung wahrscheinlich auf deutsch oder lgb ist die sonne okay ganz komisch grün ist die natur was ist blau serenity ich hab das mal gewusst wurde ich kommt drauf ne google es kurz und lilas geist und habe ich noch gelesen aber das ist immer so unsinnig gelassenheit was hat das dann mit lgbtq zu tun bin ich bin ich abgehängt das ist aber auch dann noch hier lgb ne was es früher mal war und dann haben sie ja der pride flagge da habe ich die deutschland flagge kurz gesehen ja ganz kurz dass man ein bisschen braun dazu kommt und orange ja im weitesten sinne eine stolz flagge ne ja so da kamen dann auch noch äh schwarze und ethische minderheiten dazu sind es die gelben oder was die roten indianer dann gab es ja noch die fortschritts flagge da gibt es auch echt video aber das auf englisch also das ist dann die progress wenn wir uns das durchlesen und was ist denn hier die quintessenz also die haben auch die farbe braun und schwarz schwarze menschen und was noch hast du übersprungen ja genau hier schwarze und das hier ist dann trans kam auch dazu blaue ist für den männlichen part maskulinen part rosa für weiblich und weiße die transitionieren dazwischen und was ist für alle agender und inter und schön dass du fragst weil da kommt hier ich finde es so peinlich dass ich das weiß der lila kreis und das gelbe das ist dann agender aber gab es jetzt nicht irgendwas mit welchen pädophilen inter mit rein sollen er ist intersex nicht agender agender war doch aber auch lila das weiß ich nicht sagst du intersex ist das dann okay der agender ist ja völlig außen vor das ist ganz schön aber gab es nicht irgendwas wo da noch irgendwelche pedos mit auf sollten ja drauf sollten während dauert neue flaggen geschaffen werden um integrativer zu sein ja ja ich sehe schon also wer so eine flagge sieht du weißt doch dass die leute geisteskrank sind was macht der kreis lecky ich meine das war agender aber das war jetzt aber oben auch gestanden das intersex wir vergessen diese flagge raus zu kopieren da gibt es nämlich jetzt eine die hat sich einer ausgedacht um das ganze noch ein bisschen progressiver zu gestalten sieht man das ja die hier das ist nämlich auch dieser kreis von war das jetzt gender oder intersex ach du scheiß noch anrinken es sind noch mehr farben oben und unten sind noch ein paar dazugekommen ja also um dann halt alle irgendwie zu inkludieren aber diese flagge ist irgendwie nicht angekommen irgendjemand hatte da was dagegen weshalb man gesagt hat nein wir bleiben bei der progressiven also bei der hier guck mal hier kreis ist inter ja also und da gibt es einen min dazu das hat mir auch sehr gut gefallen hat mich jetzt gerade ein bisschen an umbrella corporation erinnert wir sehen hier so ein ens der schreit hier haben eine neue flagge die Gruppe reagiert kurz mit yay und dann geht es das normale Leben einfach wieder weiter es gibt halt keinen es gibt einfach keinen mehr ich bin auch an dem Punkt es bockt mich nicht ja okay fügt noch was hinzu macht wieder was weg ist es wieder irgendjemand unterdrückt das ist wie Patriarchat ja deshalb jetzt nicht und das ist die die Geschichte der Pride Flag finde ich leider nicht umfangreich ja ich glaube man muss keine Details mehr hinzufügen wir haben uns ja schon so eindeutig dazu positioniert das ist einfach eine Geisteskrankheit ja und selbst die Schwulen und Lesben distanzieren sich ja davon richtig dazu habe ich was das ist eine schöne Überleitung danke also Bex heute recht als hätten wir es geübt hallo das ist alles so wir haben stundenlang vorbereitet ja Leute das ist viel Arbeit da muss ich euch auch was zeigen von Twitter ein Post-It von LGB von diese Leute also mit diesen Leuten werde ich zwanghaft in ein Team geschmissen steht hier ich weiß nicht ob ihr das Video schon gesehen habt ich mach mal groß ich hab nur das Bild hier gesehen ich hab nicht getraut das Video anzuschauen ja ich empfehle dass man kurz den Stream ein bisschen leiser macht oh ok aber ich muss dann vorher erstmal ein bisschen lauter machen weißt du was mich special macht ich bin ein queer und eine Hexe also da haben wir es wieder worüber man sich definiert über queer ganz toll habst du seine Tattoos das sind echte Tattoos nee ich glaub du hattest ein echtes Hörnchen nee nee das ist angemalt hoffe ich doch mal aber die gleiche Frage hab ich mich auch gefragt äh ja und ich meine ich hab gegoogelt aber ich hab nichts darüber gefunden das hier ist ein Mann und auch rein von der Figur her schaut mir das so aus hier hab ich noch ein Bild von der Freakshow hier sehen wir ich weiß nicht was das Gelbe hier sein soll das sieht aus für mich wie wenn jemand tausende von Post-It-Zettel auf den Körper geklebt hat und sich so Teufelshörner aufgesetzt und weiß geschminkt ja also ich hab auch gelesen dieses ESC ist ja so eine Mischung aus Satanismus LG also die LGBTQ queer plus irgendwas einfach irgendwie Darstellung für Geisteskranke geworden richtig Du kannst doch nur gewinnen wenn du irgendwie mindestens zwei der drei Kriterien erfüllst und da geht's ja noch weiter mit dem Satanismus ne also das find ich ja noch schlimmer als das LGBTQ plus Zeug an sich schon ja vor allem ich hab auch irgendwie immer gedacht ah Satanismus das gibt's ja auch in vielen Filmen dass die Nachbarn dann Satanisten sind das ist alles so lächerlich aber die Leute sind so geisteskrank einfach wegen diesem trans- und queer-Thema schon ich trau das denen zu dass die ein Kind opfern oder so Gott und das Lustige ist ja hier gibt's einen kurzen Artikel das hab ich auf der ARD Webseite gefunden dieser irische Act die heißt Erdas Enz heißt Bar Mithak und die musste ihre Körperbeermalung ändern die hatte irgendwie ein politisches Statement hinsichtlich Palestine und Israel was weiß ich Freiheit Waffenstisch und hat sie geschrieben und das werden nämlich gegen die Regeln des ESC die den unpolitischen Charakter der Veranstaltung schützen sollen der unpolitische Charakter dieser Veranstaltung denkt ihr noch damals als Deutschland ein bisschen Frieden damals haben wir gewonnen mit ein bisschen Frieden das war doch auch schon politisch ich hab's mir erst heute wieder angeguckt ich hab mich grad gefragt wo ist mir das Thema begegnet ich hab mir heute nochmal das Jules Video angeguckt von Blizzard die hatten ja auch einen riesen Shitstorm weil da waren diese Hongkong-Proteste und da gab's einen chinesischen Streamer der hat dann auch live in dieser Overwatch League irgendwas politisches geäußert und die haben dann alles gecancelt alles runtergenommen haben ihn gebannt haben ihm sein Preisgeld weggenommen mit der Begründung wir wollen nichts politisches bei Blizzard haben im gleichen Zug wer kennt es nicht Overwatch sind jetzt die neuesten zwei Charaktere sind queer LGBTQ Flaggen Pride wird richtig groß zelebriert aber hey wir sind unpolitisch so lächerlich wirklich richtig ich find's auch interessant weil es immer heißt Künstler können auch mal ein bisschen abgedreht sein darum geht's mir gar nicht um das Abgedrehte von Künstlern also Künstlern waren ja schon schon immer das gleiche von Künstlern an sich gehalten die sind halt ein bisschen anders okay schön ja aber hier geht's ja um eine Ideologie die sind immer in der gleichen Richtung politisch das wird kritisiert nicht dass sie mal ein bisschen aus der Reihe raustreten das wäre mir ja völlig egal aber ja die sind ja vor allem die sind ja alle schon so individuell dass sie schon wieder alle gleich sind ja es schockt mich nicht mal mehr wie die aussehen Regenbogenfisch ja ja ist das Kunst oder kann es weg ich glaub's kann 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 weg